Erinnert ihr euch noch an dieses Video? Dort habe ich über die Zukunft des grönländischen Fußballs gesprochen und die Hürden, die sie bei einem FIFA-Beitritt überwinden müssen. Neben dem Aufbau vernünftiger Infrastruktur und die Genehmigung des Mutterlandsverbandes Dänemarks, ist ein weiteres sehr wichtiges Kriterium die Mitgliedschaft in einer von der FIFA anerkannten Fußballkonfrontation. Da Grönland geografisch zu Nordamerika gehört, wäre eine Mitgliedschaft in CONCACAF eine Option. Aber aufgrund der politischen und kulturellen Nähe zu Europa, ist auch eine Mitgliedschaft in UEFA für Grönland auch eine Option. Eben angesprochen im Video über die Zukunft des grönländischen Fußballs, habe ich größtenteils einen möglichen Beitritt in UEFA thematisiert. Einen eventuellen Beitritt in den nordamerikanischen CONCACAF habe ich kurz mal angerissen, dass auch dieser möglich ist. Aber da ich dazu kaum Quellen und Informationen gefunden habe, habe ich das eher rausgelassen. Auch bin ich davon ausgegangen, dass sich der grönländische Fußballverband sich viel mehr für eine vollwertige Mitgliedschaft in UEFA bemüht und dass der CONCACAF nur die zweite Option ist, falls das mit der UEFA-Mitgliedschaft nichts mehr wird. Eigentlich wurde gehofft, dass die UEFA auf den 41. UEFA-Jahreskongress in Helsinki für eine Änderung ihrer Mitgliedschaftsanforderungen stimmen würde, damit sie besser mit denen der FIFA übereinstimmen, die unter bestimmten Bedingungen nicht unabhängige Staaten zulässt. Damals sagte der Vorsitzende des dänischen Fußballverbandes, Arlan Hansen, Grönland befindet sich gerade in einer Vollmitgliedschaftsphase. Ich bin viel optimistischer als vor fünf Jahren. Zu diesem Zeitpunkt erwartete der Vorsitzende des grönländischen Fußballverbandes, John Thorsen, dass Grönland bis 2020 einen gemeinsamen Antrag auf eine Mitgliedschaft stellen könnte, wenn die UEFA ihre Mitgliedschaftsvoraussetzungen ändert. Nach dem UEFA-Kongress in Helsinki wurde allerdings keine Regeländerung erwähnt. Jetzt kommt das Unglaubliche. Im Mai 2022 wurde bekannt gegeben, dass Grönland offiziell mit dem Prozess der Mitgliedschaft beim nordamerikanischen CONCACAF begonnen hatte und voraussetzlich am nächsten Kongress des Gremiums mit einem Beobachterstatus teilnehmen wird. Es wurde erwartet, dass der Verband seinen formellen Antrag bis 2024 oder 2025 einreichen würde. Es wurde erwartet, dass die gleichen Höhen der Vergangenheit einschließlich des Mangels an ausreichender Infrastruktur das Antragsverfahren verlängern würde. Auch wenn Grönland noch einiges tun muss, sind die Anforderungen auf eine Mitgliedschaft im CONCACAF deutlich niedriger gesetzt als die bei der UEFA. Anstatt ein gefordertes Stadion mit 30.000 Plätzen muss das Stadion mindestens 3.000 Zuschauern Platz bieten. Grönland derzeitiges Nationalstadion, das NUK-Stadion, hat ca. Platz für 2.000 Zuschauer, aber dort gibt es keine Sitzplätze, die auch gefordert werden. Seit 2016 gibt es konkrete Pläne für ein neuartiges Kuppelstadion. Dieses neue Stadion wird den Namen Aktis-Stadion haben und wird, wenn es dann fertig ist, auch das NUK-Stadion als Nationalstadion Grönlands ersetzen. Es wird erwartet, dass das Stadion mehrere tausend Menschen Platz bietet und auch vollständig beheizt ist. Das Stadion sollte zeitweise bis 2020 fertiggestellt werden, jedoch ab November 2019 suchte die grönländische Regierung nach Investoren, um den Bau des Stadions finanzieren zu können. Damals sollte das Stadion 83 Millionen dänische Kronen kosten, also in Euro umgerechnet 11 Millionen. Aktuell hat man noch Probleme mit der Finanzierung des Stadions, deswegen es noch mehrere Jahre brauchen wird, bis es fertiggestellt ist. Man hat zwar 2015 eine Vereinbarung mit dem dänischen Fußballverband getroffen, um den Fußball in der Region zu fördern und auf die vollständige FIFA-Mitgliedschaft hinzuarbeiten, aber über eine Finanzierung eines neuen Stadions wurde nicht vereinbart. Wenn Grönland es irgendwie schafft, das Problem mit dem Stadion zu meistern, dann ist nicht nur die Mitgliedschaft im Konkakaf sicher, sondern auch wahrscheinlich die in den Weltfußballverband FIFA. Denn als der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter 2010 Grönland besuchte, erklärte er, dass es nur zwei Faktoren gäbe, die Grönland daran hinderten, Mitglied im Weltfußballverband zu werden. Volle Unabhängigkeit und ein akzeptabler Austragungsort. Blatter erklärte, dass das Stadion überdacht und mit einer künstlichen Oberfläche ausgestattet werden müsse. Zwar hat Grönland keine richtige Unabhängigkeit von Dänemark, aber laut den FIFA-Statuten reicht auch eine Genehmigung vom Mutterlandverbandes, also den dänischen Fußballverbandes, dessen Erlaubnis Grönland ja schon längst hat. Jetzt fehlt nur noch das von Blatter beschriebene Stadion, was gerade in Planung ist. Das Gute ist, dass dieses Gerücht, dass Grönland kein Mitglied ist wegen fehlender Naturrasen, wird kein Problem mehr sein und Mitglied im Konkakaf zu werden, reicht auch ein ganz normaler Kunstrasenplatz. Es gibt noch eine weitere Forderung vom Konkakaf für eine mögliche Mitgliedschaft in ihrer Konföderation. Die Spieler sollen in weniger als 30 Minuten vom Flughafen zum Stadion gelangen können, gemäß den Konkakaf-Regeln, was den Ausbau des aktuellen Flughafens in Lug erfordern würde. Als das dann mit dem Konkakaf angekündigt wurde, hat der Verband und der Cheftrainer Morten Rutger begonnen, in Dänemark Spieler mit grönländischen Wurzeln zu identifizieren, um diese dann möglicherweise für die grönländische Nationalmannschaft berufen zu können. Der grönländische Verband beantragte auch bei der UEFA die Erlaubnis, Freundschaftsspiele gegen die Fußball-Nationalmannschaft von San Marino und Gibraltar zu spielen. Die Anfrage wurde jedoch abgelehnt, da es sich außerhalb des FIFA-Spieltagsfensters befand. Im September dieses Jahres plant Grönland an einem Trainingsturnier in der Türkei teilzunehmen, um sich ein bisschen einzuspielen, aber die teilnehmenden Teams sind noch nicht bekannt. Wenn Grönland dann irgendwann mal Konkakaf-Mitglied ist, wird es lustig zu sehen, wie Nationalmannschaften wie Mexiko, USA, Costa Rica oder welche aus der Karibik in diese kalte Region ihre Länderspiele absolvieren werden. Sollte eine Mitgliedschaft in die FIFA dennoch scheitern, wäre Grönland nicht das einzige Konkakaf-Mitglied, das nicht dem Weltfußballverband FIFA angehört. Fußballverbände wie Bonere, Französisch-Guayana, Guadalumpur, Martinique, San Martin und Zint Maarten sind zwar vollwertige Mitglied im Konkakaf, aber nicht im Weltfußballverband der FIFA. Ich bin mal gespannt, wie die Zukunft des grönländischen Fußballs so weitergeht. Jetzt seid ihr gefragt, findet ihr den neuen Weg in Grönland-Jetzt-Einstieg gut oder hättet ihr ihn lieber in der UEFA gesehen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. In der Endcard findet ihr das zu Beginn angesprochene Video. Auch wenn einige Sachen nicht mehr aktuell sind, sind für euch noch sehr viele wichtige und interessante Fakten und Informationen über den grönländischen Fußball drin. Sonst würde ich mich noch über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Das war's mit dem Video, bis nächstes Mal und ciao. Das war's mit dem Video, bis nächstes Mal.